So, jetzt schauen wir uns mal die Oxidationszahlen von anderen Molekülen an. Nehmen wir zum Beispiel mal Magnesium. Magnesium, Oxid, MgO. Ich zeichne den Sauerstoff mal in einer anderen Farbe. Wie ist jetzt die Oxidationszahl hier? Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Wir schauen einfach mal auf das Periodensystem der Elemente. Hier ist Magnesium. Magnesium hat zwei valente Elemente. Es ist ein Gruppe 2-Element. Sauerstoff, das wisst ihr auch schon, ist sehr, sehr elektronegativ. Es ist hier droben. Es ist hier rechts oben. Ihr wisst ja auch, die Oxidation ist nach Sauerstoff sogar benannt worden. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also Magnesium will Elektronen verlieren. Sauerstoff will Elektronen gewinnen. Also was passiert jetzt hier? Das Magnesium wird seine zwei Elektronen verlieren, hat also ein Plus 2, eine hypothetische Ladung von Plus 2 und Sauerstoff hat Minus 2, denn es hat ja diese zwei Elektronen bekommen, hat also Minus 2, Magnesium, Oxid. Hier sind die Oxidationszahlen Plus 2 von Magnesium und vom Sauerstoff ist die Oxidationszahl ist Minus 2. Jetzt machen wir mal ein bisschen schwierigeres hier. Nehmen wir mal beispielsweise Magnesium. Magnesium Hydroxid zum Beispiel. Hydroxid, das ist OH2 mit den zwei Hydroxilgruppen hier dran. Wie sind jetzt hier die Oxidationszahlen? Jetzt schauen wir uns mal an. Also Magnesium will also weiter seine zwei Elektronen verlieren. Das wird seine Ladung positiv machen. Also denke ich mir, okay, na, ich schreibe das mal in einer anderen Farbe hier hin. Also wird das hier wahrscheinlich Plus 2 sein. Bei einem neutralen Atom müssen ja die Summe, die Oxidationszahlen muss, 0 sein. Also Sauerstoff, naja, denke ich mir jetzt, es sollte eigentlich Minus 2 sein. Also schreibe ich das mal hier auf. Minus 2. Und Wasserstoff, wenn es mit Sauerstoff verbunden ist, dann wird es hier, wie wird es sein beim Wasserstoff? Wasserstoff ist ein bisschen ein Sonderfall. Es kann doch als Elektronen nehmen, so ähnlich wie Natrium. Wenn aber Wasserstoff mit Sauerstoff verbunden ist, dann gibt es die Elektronen ab. Und haben wir also hier ein Plus 1. Jetzt denkst du dir, okay, jetzt addiere ich hier die Oxidationszahlen. Plus 2, Minus 2 gibt insgesamt Plus 1. Aber das kann nicht sein, das ist ja ein neutrales Atom. Also wir haben ja hier auch noch zwei Hydroxyl. Jetzt schauen wir uns das mal hier innen an. Wie ist das jetzt die Summe von dem Hydroxyl hier drin? Das Minus 2 plus 1 zusammen habe ich also ein Minus 1 als Summe. Ich habe aber zwei davon. Also ich habe zwei davon. Also ist das Beides ist hier Minus 1 mal 2. Habe ich also Minus 2 und Plus 2. Dann macht die Summe eben 0 aus. So, und dann ist wieder alles in Ordnung. Jetzt will ich noch mal ein paar andere Fälle euch zeigen. Nehmen wir beispielsweise mal ein anderes Molekül hierher. Was nehmen wir jetzt mal? Na, nehmen wir mal an. Wir nehmen zum Beispiel mal das Wasser. Genau, H2O. Und wir nehmen mal 2 Mol Wasser. Und das wird beispielsweise zu H3O plus OH-. Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Wie sieht es hier aus? Wie sieht es mit dem Wasser aus? Das wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Also die Oxidationszahl von Sauerstoff ist immer Minus 2. Und vom Wasserstoff. Wasserstoff gibt immer ein Elektron ab. Also haben wir hier immer Plus 1. Und hier addiert sich alles also auf 0. 2 mal Plus 1 gibt Plus 2. Minus 2 ergibt 0. Also es ist ein neutrales Atom. Wie ist es jetzt hier auf der rechten Seite? Also dazu müssen wir uns den Wasserstoff nochmal genauer anschauen. Was könnte jetzt noch passieren? Also hier auf der rechten Seite ist es so, Sauerstoff bleibt immer bei Minus 2. Und dieser Wasserstoff hat weiterhin einfach ein Plus 1. Und Minus 2 plus 1 ergibt Minus. Passt also. Das ist nämlich wirklich die Ladung von diesem Hydroxyl. Wie sieht es also hier aus? Jeder Wasserstoff hat weiterhin ein Plus 1. Und das Sauerstoff hat hier Minus 2. Schauen wir uns jetzt also die Ladung an. Plus 1 mal 3. Gibt also Plus 3. Minus 2. Gibt Plus 1. Also haben wir eine einfach positive Ladung. Und alles ist wunderbar in Ordnung. Die Frage an dich ist jetzt, hat sich eine Oxidationszahl verändert hier? Also hier drüben für den Wasserstoff haben wir Plus 1. Und wir haben zwei Moleküle. Wir haben insgesamt vier Wasserstoffatome drin. Alle haben Plus 1. Auf der rechten Seite haben auch alle das Plus 1 behalten. Also hat sich der Oxidationsstatus hier drin nicht geändert. Und zwar in beiden Richtungen. Also ist Wasserstoff nicht oxidiert worden. Seine Oxidationszahl hat sich nicht verändert. Und diese Reaktion ist auf jeden Fall so, ist nicht oxidiert worden. Und Sauerstoff ist nicht reduziert worden. Ihr seht, es hat hier Minus 2. Und hier hat beide haben wieder Minus 2. Also ist hier auch nichts passiert. Also es sind sozusagen keine Elektronen übergegangen. Das ist also keine Oxidations- oder Reduktionsgleichung hier. Also kein Element ist hier oxidiert oder auch reduziert worden. Manchmal sieht es ein bisschen anders aus. Manchmal denke ich mir zum Beispiel Magnesium ist Plus 2, Sauerstoff Minus 2. Denke ich mir also, Magnesium könnte doch hier oxidiert worden sein. Und Sauerstoff ist reduziert worden. Und es gibt tatsächlich in manchen Reaktionen, ist es so, muss aber nicht unbedingt sein. Wichtig für euch ist, euch immer einfach die Oxidationszahlen da auch anzuschauen. Ja, also Sauerstoff ist hier Minus 2. Okay. Magnesium ist Plus 2. Es kann aber eben auch neutral sein. In dem Fall ist es Plus 2. Oxidiert worden. Jetzt schauen wir uns mal ein paar andere Moleküle an. Jetzt kommt das, ja zunächst nochmal zum Sauerstoff zurück. Sauerstoff hat immer Minus 2, Minus 1 ist Fluor. Die hier links drüben haben Plus 1, Plus 1. Sauerstoff, diese hier können Plus sein. Ich denke, ihr könnt jetzt das Muster auch ganz gut erkennen. Also gehen wir nochmal zum Wasserstoffperoxid. Das Sauerstoff hat normalerweise Minus 2. Wasserstoff hat Plus 1. Also es sieht so aus. Das O2 hat Minus 2. Und hier seht ihr, das ist ein bisschen, das ist jetzt ein Rätsel. Wie kann das jetzt hier sein? Komisch wäre hier Minus 4, Plus 2. Und das bei einem neutralen Molekülen, das kann doch irgendwie nicht sein. Also müssen wir uns dieses Rätsel mal etwas genauer anschauen. Da schauen wir uns dazu mal die Struktur etwas genauer an. Das Sauerstoff sind miteinander verbunden. Und dann, jedes Sauerstoff hat hier noch ein Wasserstoffatom dran. So, in dem Fall hier ist es also so, ist das Peroxid, ist ein Peroxid-Molekül ist ein Sonderfall vom Sauerstoff. Und zwar ein Sonderfall, wo der Sauerstoff eben nicht die Minus 2 hat. Schauen wir uns das mal an. Also in dem Fall ist in dieser Bindung hier, wird natürlich Sauerstoff, das Elektronen haben wollen. Wasserstoff hat immer Plus 1 auf beiden Seiten. Und dann hat hier der Sauerstoff eben Minus 1. Und diese Bindung hier muss ja gleich sein. Es gibt keinen Grund, weshalb die Elektronen zwischen dem Sauerstoff an einer Stelle sein sollten. Also hat hier Sauerstoff, hat das tatsächlich der Sauerstoff hier ein Minus 1. Das ist ein Minus 1 und zwar beide haben ein Minus 1. Jetzt ist es also so, dass der Wasserstoff hat hier Plus 1 und der Sauerstoff hat eben Minus 1. Und jetzt geht das Ganze eben wieder auf und die Summe ist eben 0. Wasserstoffperoxid, das ist ein Sonderfall für den Sauerstoff. Nehmen wir mal ein anderes. Nehmen wir mal das Eisen-3-Karbonat. Als ich das erste Mal auf dieses Molekül gestoßen bin, dachte ich mir, warum ist es Eisen-3-Karbonat? Da sind doch zwei Moleküle hier drin. Jetzt zeige ich euch mal gleich, warum das so ist. Also schreibt man das Ganze erst mal auf. Die Oxidationszahl von Sauerstoff, wisst ihr ja schon, ist Minus 2. Also wenn jetzt Kohlenstoff mit Sauerstoff verbunden ist, was passiert dann? Kohlenstoff mit Sauerstoff. Kohlenstoff kann ja in beide Richtungen gehen. Es kann Elektronen aufnehmen oder abgeben. Und wenn jetzt Kohlenstoff sich mit Sauerstoff verbindet, dann ist das Sauerstoff das Elektronen-negativere, wird also die Elektronen bekommen, wird also oxidiert werden. Und Kohlenstoff kann in beide Richtungen geben. Wie viele Elektronen kann es jetzt abgeben? Schauen wir uns mal an. 1, 2, 3, 4. 4 Elektronen kann es Kohlenstoff abgeben. Genau, und das passiert ja auch. Schauen wir also wieder zurück zum Karbonat. Also der Kohlenstoff hier unten wird plus 4 haben, weil es 4 Elektronen abgeben kann. Wie ist jetzt also die Netto-Oxidationsnummer vom CO3? Also hier ist plus 4. Es kann nur 4 weggeben, wenn es mit Sauerstoff sich verbindet. Weil der Sauerstoff will die Elektronen haben, wird also hier minus 2 sein, plus 4, minus 3 mal die minus 2. Also habe ich plus 4, minus 6, weil ich habe da 3 mal 2 negative Ladungen. Für das ganze Karbonatmolekül habe ich also insgesamt minus 2. Und jetzt geht es um das ganze Molekül. Und jetzt habe ich vom Karbonat hier, ich habe ja 3 Stück davon, ich habe 3 Stück von den Karbonatmolekülen. Also habe ich hier eine Summe von minus 2 mal 3, das gibt minus 6. Das ist das ganze neutrales Molekül. Jetzt habe ich hier 2 Eisen drin, die müssen also plus 6 haben. Und weil sich alles ja auf 0 aufaddieren muss. Jetzt habe ich hier 2 Eisen drin, also hat 1 Eisen plus 3. Und in unserer hypothetischen Welt von der Elektronegativität seht ihr, dass also das Eisen hier eine Oxidationszahl von 3 hat. Deswegen heißt es Eisen 3-Karbonat. Man nennt das auch das Eisen in seinem dritten Oxidationsstatus. Es hat also viele Oxidationsstaten. Eine davon ist die 3 und das ist das Beispiel. Heißt deswegen so, weil die Oxidationszahl vom Eisen hier plus 3 ist. Schauen wir uns jetzt mal die Essexsäure an. Ich habe sie euch mal hier nochmal aufgeschrieben. Das sieht jetzt also so aus. Jetzt schauen wir uns mal hier die Oxidationszahlen an. Wie schaut es hier also aus? Also, ja, man kann es auch so übrigens hier hinschreiben. Das ist das Gleiche. Das wisst ihr ja vielleicht schon. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, naja gut, Sauerstoff hat minus 2. Minus 2. Wasserstoff hat plus 1. Plus 1. Also wie weit sind wir jetzt hier? Also diese Sauerstoff wird also minus 4 geben. Diese hier werden plus 3 haben. Und dieses hier wird plus 1 haben. Und du denkst dir, ja wunderbar, das summiert sich alles auf 0. Also muss das Kohlenstoff, müsste ja dann eigentlich 0 haben. Weil ja einfach alles schon 0 ist. Also bleibt für den Kohlenstoff nichts übrig. Aber das stimmt eben nicht. Und jetzt schauen wir uns das hier nochmal genauer an. Also Kohlenstoff hier auf der linken Seite. Schauen wir nochmal auf das Periodensystem. Das Kohlenstoff, wenn das sich mit Wasserstoff verbindet, ist Kohlenstoff das Elektro-negativere, weil es also mehr auf der rechten Seite steht. Und also wird hier der Wasserstoff seine Elektronen verlieren. Das schauen wir uns jetzt mal hier an. Also in dem Fall wird es also so sein. Wird also der Wasserstoff weiter plus 1 haben. Es wird ein Elektron verlieren. Und hier gehe ich eigentlich auch davon aus, dass es plus 1 ist. Und gut, nur hier habe ich eben den Kohlenstoff und den Sauerstoff nicht genau betrachtet. Und ich dachte mir, na gut, okay, ich habe hier zum Beispiel die Akali-Metalle. Da ist keins drin. Passiert also nichts. Jetzt ist es jedenfalls so. Der Wasserstoff bleibt bei plus 1. Also muss hier das Kohlenstoff minus 3 haben, weil alle drei Wasserstoffe einen Elektron verloren haben zum Kohlenstoff. Das hat also minus 3. Bei der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung, das bleibt also gleich. Dort sollte eigentlich kein Transfer entstehen. Was ist jetzt auf der rechten Seite? Sauerstoff und Wasserstoff. Wasserstoff hat immer plus 1, gibt also ein Elektron zum Sauerstoff. Dieser Sauerstoff wird zwei Elektronen wegnehmen von dem Kohlenstoff. Und hat also minus 2. Eins vom Wasserstoff, eins vom Kohlenstoff. Dieser Wasserstoff, Entschuldigung, dieser Sauerstoff wird auch zwei Elektronen vom Kohlenstoff wegnehmen. Also minus 2. Wie schaut es also bei diesem Kohlenstoff aus? Hier hat es, an den verliert es zwei Elektronen und den hier verliert es nur ein Elektron. Und deswegen ist die Summe der Oxidationszahlen 2 oben, 1 unten, als die Netto-Oxidationszahl ist plus 3. Jetzt seht ihr, dass die durchschnittliche Oxidationszahl vom Kohlenstoff hier sich auf 0 aufaddiert. Minus 3 plus 3. Und das ist der Grund, weshalb hier da oben die Oxidationszahlen sind eben nicht 0, sondern eben von dem ersten, von dem grünen, das ist minus 3. Und von dem zweiten ist es eben plus 3. Und ich denke, es sieht auf den ersten Moment recht komplex aus, aber ihr seht ja, das geht ganz gut. Und wenn ihr das öfter macht, dann seid ihr echte Expertin dafür. Das zeige ich euch dann in den nächsten Videos noch genauer. Das zeige ich euch dann in den nächsten Videos.